Geheimbünde, elektrisierende Geschlechterrollen und ein postapokalyptisches Abenteuer, hinter dem einige der größten Namen der Fantasy stehen. Diese mystischen Buchverfilmungen sind für den kleinen Bildschirm vorgesehen. Sarah J. Maas ist eine der populärsten Fantasy-Roman-Autorinnen der Gegenwart, und ihre A Court of Thorns and Roses-Reihe hat dazu beigetragen, dass viele neue Leser das Genre kennenlernen. Das erste Buch der Reihe, in dessen Mittelpunkt eine menschliche Jägerin, steht, die in das benachbarte Feenreich entführt wird, hat sich weltweit millionenfach verkauft. Es gibt also eine Erinnerung, viele und viele Romance und eine andere komplexe, interessante Heroin. Outlander-Fans dürften sich besonders auf diese Verfilmung freuen, da der Serienschöpfer Ronald D. Moore das Projekt leitet. Obwohl es wahrscheinlich keine Zeitreisen geben wird, ist der Court of Thorns and Roses genauso dampfig und sogar noch magischer als die langjährige Showtime-Serie, die auf den Romanen von Diana Gableton basiert. Viel mehr ist über die TV-Adaption nicht bekannt, was daran liegen könnte, dass die Serienbestellung schon lange vor ihrer Ankündigung durchgesickert ist. Tatsächlich hat Maas' Ehemann die Neuigkeit wohl als erste in einem Instagram-Post über ein Sandwich bekannt gegeben, was dann dazu führte, dass die Autorin selbst eine ausführlichere Ankündigung auf ihrer eigenen Instagram-Seite machte. Obwohl es scheint, dass die Serie noch in weiter Ferne liegt, können Fans erwarten, dass der Stream auf Hulu erscheint. Red Queen gibt den Lesern eine interessante Wendung des Klassenkampfes mit der Prämisse, dass die Blutfarbe einer Person bestimmt, wo sie in der sozialen Struktur von Victoria Evergards Fantasywelt steht. In Red Queen sind Menschen mit rotem Blut typische Bürger, während diejenigen, die mit silbernem Blut in ihren Adern geboren wurden, gottähnliche Kräfte haben und als Könige angesehen werden. Fans von Game of Thrones werden mit dem Machtkampf in diesem Roman vertraut sein, und die geplante Fernsehadaption dürfte Zuschauer mit ähnlichem Geschmack anlocken. Wie Variety berichtet, hat Red Queen einen Serienauftrag von Peacock erhalten und wird von der Hunger Games-Darstellerin Elizabeth Banks angeführt. Der Star soll Regie führen, produzieren und eine Nebenrolle in der Serie spielen. Ursprünglich wollte Banks Red Queen bereits 2015 verfilmen. Da es aber inzwischen eine Reihe von Fortsetzungen gibt, könnte eine Serie besser für das Projekt geeignet sein. Leigh Bardugo hat mit ihren Büchern bereits großen Erfolg, denn Teile ihrer Grishaverse-Romane wurden bereits als Netflix-Serie verfilmt. Ninth House ist jedoch völlig unabhängig von Bardugos Shadow and Bone-Universum und fällt sogar in ein anderes Fantasy-Roman-Subgenre. Bardugos Roman aus dem Jahr 2019 ist eine Mischung aus paranormaler Fantasy und Kriminalroman. Ninth House spielt in Yale, wo es neun Geheimbünde innerhalb der Universität gibt. Das Buch erforscht die Magie, die hinter jedem von ihnen steckt. Im Mittelpunkt des ersten Romans der Reihe steht Galaxy Alex Stern, der in einem Mordfall auf dem Campus ermittelt. Laut Deadline fungiert Bardugo als ausführende Produzentin für die Serie, die von Amazon Studios in einem lebhaften Vita-Wettstreit erworben wurde. Kuya Shabazian, der die Divergent-Reihe und Bardugos eigene Shadow and Bone-Bücher verfilmt hat, ist auch als Produzent an dem Projekt beteiligt. Die TV-Verfilmung von Naomi Aldermans feministischem Sci-Fi-Fantasy-Roman The Power begann 2019 mit dem Casting und ein paar Jahre später mit der Produktion. Leider wurde die Produktion kurz darauf aufgrund der Pandemie gestoppt. Die Serie befindet sich wieder in der Entwicklung, doch müssen die Dreharbeiten neu angesetzt werden, da die Darsteller Leslie Mann und Tim Robbins während der langen Unterbrechung nicht mehr dabei waren. Die Serie spielt in einem alternativen Universum, in dem Frauen die Fähigkeit entwickeln, elektrischen Strom durch ihre Finger zu schicken, was ihnen Machtpositionen gegenüber ihren männlichen Kollegen verschafft. Es wurde mit Margaret Edwards The Handmaid's Tale verglichen. Und tatsächlich war Edward eine Mentorin von Alderman. Die Fans warten geduldig auf die Serie, die 2023 auf Amazon Prime Premiere haben wird. Westworld-Star Tessa Thompson steigt in die Produktion ein. Die Schauspielerin eröffnet ihre eigene Entwicklungsfirma und hat bereits mehrere Buchverfilmungen in Arbeit. Darunter laut Deadline Tom's Not Game of Thrones Autor George R. R. Martin entwickeln eine HBO-Serie, die auf Nedi Okorafors, Wer den Tod fürchtet, basiert. Okorafor wird auch als Co-Executive-Producer an der Serie mitwirken. Wer den Tod fürchtet ist eine Coming-of-Age-Geschichte über ein Mädchen, das in einem gewalttätigen, postapokalyptischen Nordafrika geboren wird. Die Protagonistin Onye Sun-Wu, deren Name wörtlich übersetzt, die den Tod fürchtet bedeutet, ist dazu bestimmt, ihr Volk zu retten, während ihre gesamte Kultur von einem Massengenazid bedroht ist. Das Buch ist eine schwere Lektüre, und die Serie wird wahrscheinlich genauso hart und bewegend sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welch großes Talent dahinter steht. Rick Riordan hat im Fantasy-Genre für junge Erwachsene großen Erfolg, und seine auf der griechischen Mythologie basierende Percy Jackson and the Olympians-Reihe wurde bereits 2010 mit Percy Jackson and the Olympians in zwei Filmen umgesetzt, The Lightning Thief. Die ursprüngliche Buchreihe besteht aus fünf Büchern, aber Riordan hat eine Reihe weiterer Serien und Begleitbücher veröffentlicht, die im selben Universum spielen. Bei einer so umfangreichen Sammlung von Werken ist es nur logisch, dass eine Fernsehserie der richtige Weg ist, um die gesamte Geschichte zu erzählen, die Riordan mit seinem intensiven Weltenbau, seiner Mythologie und seinen komplexen Figuren geschaffen hat. Die kommende Neuverfilmung von Percy Jackson und die Olympia wird auf Disney Plus landen, und Autor Rick Riordan scheint mit der Serie mehr an Bord zu sein als mit den vorherigen Filmen. Percy Jackson and the Olympians ist wirklich, wirklich und sicherlich zu Ihren Filmen gekommen. Deadline berichtet, dass sowohl Riordan als auch seine Frau als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt sind. In einem Interview mit The Guardian sagte der Autor, dass er es seinen Fans schuldig sei, ihnen eine neue Version der beliebten Serie auf dem Bildschirm zu präsentieren. Riordan erklärte gegenüber The Guardian, dass er optimistisch ist, dass Disney sein Werk viel besser zum Leben erwecken kann als die Filme. Etwas, worauf sich die Fans freuen können, wenn der berühmt-berüchtigte Autor seine Ehrlichkeit zum Ausdruck bringt. Die Percy Jackson-Reihe ist nicht die einzige Fantasy-Geschichte, die auf der griechischen Mythologie basiert und in letzter Zeit an Popularität gewonnen hat. Auch Mettelein Millers Zirze wurde so sehr gelobt, dass es eine Adaption verdient hat. Das Buch ist eine Nacherzählung verschiedener griechischer Mythen, die Elemente der klassischen Erzählung Die Odyssee erhalten. Es liest sich wie ein legendäres Epos, in dessen Mittelpunkt eine weibliche Hauptfigur steht. Im Mittelpunkt des Romans steht die kleine griechische Göttin und Zauberin Zirze, die sich mit den moralischen Folgen der Erschaffung eines Monsters auseinandersetzt, das für viele Tote verantwortlich ist. Der Einzelroman stand auf der Bestsellerliste der New York Times, wurde mit dem Indie-Choice-Audiobook of the Year Awards 2019 ausgezeichnet und ist auf vielen Best-of-Listen zu finden. Laut einer Ankündigung von Deadline aus dem Jahr 2020 wird Zirze von HBO Max als TV-Serie mit acht Episoden in Auftrag gegeben. Die Autoren Rick Jaffa und Amanda Silver, die bereits an hochkarätigen Projekten wie Jurassic World und Rise of the Planet of the Apes mitgewirkt haben, arbeiten erneut zusammen, um die Drehbücher für die Adaption zu schreiben und zu produzieren. Ursprünglich für 2019 angekündigt, gibt es noch kein festes Veröffentlichungsdatum für Zirze, aber möglicherweise wird die Serie im Jahr 2023 auf HBO zu sehen sein. Ein weiterer Fantasy-Roman, um dessen Verfilmungsrecht ein Wettstreit entbrannt ist, ist Black Son von Rebecca Roanhorse, der in naher Zukunft auf AMC ausgestrahlt werden soll. Die Hollywood Reporter gab bekannt, dass Angela Kang das Projekt als ausführende Produzentin leiten wird. Kang arbeitete über ein Jahrzehnt lang an der kultigen AMC-Serie The Walking Dead und wurde in Staffel 9 zur Showrunnerin befördert. Roanhorse wird auch bei der TV-Adaption ein gewichtiges Wort mitreden, denn sie wurde auch als ausführende Produzentin benannt. Die amerikanische Autorin hat mehrere Science-Fiction- und Fantasy-Romane verfasst und auch an Marvels Phoenix Song mitgeschrieben, Echo Comics. Black Son ist der erste Roman der Reihe zwischen Erde und Himmel. Er spielt in einer Welt, in der himmlische Ereignisse eine Quelle der Magie und Macht sind. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen vier Hauptfiguren, deren Wege und Missionen sich auf dramatische und manchmal gewalttätige Weise kreuzen. Mit seinen Wurzeln in Geschichte und Politik ist Black Son eine unterhaltsame Lektüre mit einer eindringlichen Botschaft. Schon deshalb ist Angela Kang eine gute Wahl für die Leitung des Projekts, denn sie hat bereits in mehreren Staffeln von The Walking Dead erfolgreich dazu beigetragen, diese Art von Atmosphäre zu schaffen. Neil Gaiman ist einer der bekanntesten Vertreter des Fantasy-Genres, und eine Reihe seiner Romane wurde bereits verfilmt oder als Fernsehserie ausgestrahlt. Lucifer ist eine beliebte Netflix-Serie, deren Hauptfigur auf einer von Gaimans Figuren aus den Sandman-Comics basiert. Sandman erhielt kürzlich seine eigene Adaption auf derselben Streaming-Plattform. Coraline, Good Omens und American Gods sind ebenfalls beliebte Verfilmungen von Gaimans Romanen. Im Jahr 2021 kündigte Variety eine limitierte Serienbestellung von sechs Episoden für Gaimans Anansi Boys an, die von Amazon Studios produziert werden soll. Anansi Boys von Neil Gaiman spielt im selben Universum wie American Gods und redet sich um die Zwillingssöhne von Mr. Nancy. Allerdings entpuppt sich Mr. Nancy als Anansi, eine Gottheit, die erstmals in American Gods eingeführt wurde. Als Mr. Nancy stirbt, entdeckt sein Sohn Charlie die wahre Identität seines Vaters als Trickbetrüger-Gott und dass er einen Zwillingsbruder hat, mit dem er bald wieder vereint ist. Im Gegensatz zu vielen anderen laufenden Fantasy-Adaptionen der Plattform geht Amazon bei Anansi Boys schnell voran. In der Ankündigung von Variety wird darauf hingewiesen, dass die Serie bereits vollständig besetzt ist, wobei Malachi Kirby die Doppelrolle der Zwillingssöhne von Mr. Nancy spielt. Die Serie scheint die Dreharbeiten bereits abgeschlossen zu haben und befindet sich in der Postproduktion, obwohl es derzeit keinen festen Termin gibt, wann die Serie auf Amazon Prime erscheinen wird. R. F. Quang's Der Mondkrieg ist das erste Buch einer Trilogie, die die Legenden und Mythen des alten China mit einer Fantasy-Welt voller Schamanismus und Monster verbindet. Im Mittelpunkt des Romans steht Rin, ein Waisenmädchen, das allen Widrigkeiten zum Trotz den Aufnahmetest für eine Elite-Militärakademie besteht und von einem geheimnisvollen Meister betreut wird, der ihre verborgenen magischen Fähigkeiten freisetzt. Die folgende Geschichte handelt von Ehre, staatsbürgerlicher Verantwortung und Aufopferung. Wie Deadline berichtet, hat Peter Luce Starlight Media die Rechte an The Poppy War erworben. Darüber hinaus hat Starlight Media die Rechte am zweiten und dritten Buch der Trilogie erworben und plant, aus den preisgekrönten Romanen eine umfangreiche Fernsehserie zu entwickeln. Das Unternehmen hat bereits Projekte wie den von der Kritik gefeierten Film Crazy Rich Asians unterstützt. Es ist unklar, wo oder wann die Serie verfügbar sein wird und ob sie sich bereits in der Entwicklung befindet, da weitere Details noch nicht bekannt sind. BookTok, ein Bereich der Social-Media-Plattform TikTok, der sich mit Literatur beschäftigt, hat dazu beigetragen, eine Reihe von selbstveröffentlichten Büchern zu verkaufen und bekannt zu machen, die ohne TikTok vielleicht nie veröffentlicht worden wären. Das Buch The Atlas Six von Olivier Blake ist ein solches Buch. Nachdem es auf der Videoplattform viral ging, berichtet Deadline, dass das Buch Gegenstand eines intensiven Beta-Wettstreits zwischen Sendern wurde, die die Rechte kaufen wollten. Amazon ging als Sieger hervor, und Fans von The Atlas Six können sich in Zukunft auf eine streamingfähige Serie freuen. Die Partner Tanja Segacian und John Woodward werden über ihre Firma Brightstar als ausführende Produzenten fungieren. Die beiden arbeiteten auch an dem Oscar-prämierten Film The Power of the Dog zusammen. Bekannt wurde Segacian auch durch seine Arbeit an den ersten vier Harry-Potter-Filmen und der Netflix-Serie The Crown. Im Mittelpunkt von The Atlas Six stehen sechs auserwählte Magier, deren Macht selbst in einer Welt voller Magie und Zauberer immens ist. Sie konkurrieren gegeneinander um einen Platz in der mächtigsten Geheimgesellschaft der Welt für Magieanwender. In diesem Verdrängungswettbewerb müssen die sechs abwägen zwischen ihrer Annäherung aneinander und dem unvermeidlichen Verrat, den der Wettbewerb mit sich bringt. Da bereits mehrere andere Bücher veröffentlicht wurden, darunter eine Fortsetzung von The Atlas Six, kann man davon ausgehen, dass diese Fernsehserie nicht das letzte Mal sein wird, dass Blakes Name für Schlagzeilen sorgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017